Guten Tag! Dieses Video zeigt, wie Sie eine Aktivität oder ein Material, wie zum Beispiel einen Text oder ein Bild, im Kursraum anlegen. Zunächst muss im Kursraum der Bearbeitungsmodus eingeschaltet sein. Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten einschalten. Ebenso wie der Kursraum steht auch die Bearbeitungsansicht auf Deutsch und Französisch zur Verfügung. Ist der Bearbeitungsmodus eingeschaltet, werden graue Symbole neben den bereits existierenden Aktivitäten und Materialien angezeigt. Eine Aktivität anlegen. Ihr Kursraum ist in Abschnitte aufgeteilt, die einen Namen haben und durch blaue Linien getrennt sind. Klicken Sie in dem Abschnitt, wo Sie eine neue Aktivität anlegen wollen, unten rechts auf Material oder Aktivität anlegen. Es öffnet sich das Auswahlfenster mit der Liste der Aktivitäten sowie einer Beschreibung zu jeder Aktivität oder Material. Diese Beschreibungen sind für die Auswahl der Aktivität oder des Arbeitsmaterials sehr hilfreich. Klicken Sie in der Liste auf die Aktivität, die Sie anlegen wollen, hier als Beispiel das Forum, und klicken Sie auf den Button Hinzufügen. Die Aktivität konfigurieren Auf der Konfigurationsseite können Sie die Einstellungen für die Aktivität vornehmen. Die roten Rubriken sind Pflichtfelder. Tragen Sie zunächst den Namen der Aktivität ein, so wie sie im Kursraum angezeigt werden soll. Bei Beschreibung können Sie zum Beispiel eine Anleitung angeben, die für die Teilnehmer auf der Seite der Aktivität angezeigt wird. Wenn Sie nichts angeben wollen, schreiben Sie zum Beispiel einen Punkt. Es gibt zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, in unserem Beispiel den Forumstyp, das Abonnement per E-Mail und so weiter. Für andere Aktivitäten können insbesondere das Abgabedatum, die Bewertungsart, die Dauer und so weiter definiert werden. Ein Klick auf das Fragezeichen einer Rubrik öffnet einen Erklärungstext. Die vorgegebenen Standardeinstellungen sind für Aktivitäten in einem Teletandem-Projekt meistens gut geeignet. Ist die Aktivität konfiguriert, klicken Sie auf Speichern und zum Kurs. Die neue Aktivität wird nun im Kursraum im zuvor gewählten Abschnitt unten angezeigt. Eine Aktivität bearbeiten. Da der Bearbeitungsmodus eingeschaltet ist, werden wie für alle anderen Aktivitäten auch für die neu angelegte Aktivität die grauen Symbole angezeigt. Diese ermöglichen das Bearbeiten der Elemente im Kursraum. Durch Klicken auf die Symbole können Sie den Titel bearbeiten, das Element nach rechts einrücken, das Element verschieben, die Einstellungen aktualisieren, das Element duplizieren, das Element löschen, das Element verbergen oder sichtbar machen. Den Gruppenmodus wechseln und Rollen zuweisen. Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über jedes Symbol, um seine Funktion kennenzulernen. Da neu angelegte Elemente automatisch unten im Kursabschnitt platziert werden, klicken Sie auf das Symbol Verschieben, halten die Maustaste gedrückt und verschieben Sie das Element. Am gewünschten Ort lassen Sie die Maustaste los. Überprüfen Sie, ob das Element je nach Wunsch sichtbar oder verborgen ist. Das geschlossene Augesymbol zeigt an, dass das Element für die Teilnehmer verborgen ist. Das Element ist sichtbar, wenn das Augesymbol offen ist. Um abschließend zu überprüfen, ob die Aktivität wie gewünscht angelegt ist, klicken Sie auf Ihren Link. Sie können dafür auch in die Teilnehmerrolle wechseln. Mit Hilfe der Funktion Rolle wechseln links im Blog Einstellungen. Der Kursraum wird dann aus Teilnehmersicht dargestellt. Ein Videotutorial erklärt Ihnen das Wechseln der Rollen auf der Teletandem-Plattform. Um ein Material anzulegen, gehen Sie gleichermaßen vor. Klicken Sie im zu bearbeitenden Abschnitt auf Material oder Aktivität anlegen und wählen Sie ein Arbeitsmaterial aus. Arbeitsmaterialien können externe Webseiten, Textdokumente, Audiodateien, Videos, Bilder und so weiter sein. Weitere Informationen zu den Arbeitsmaterialien finden Sie im Benutzerguide oder im Supportbereich. Das Textfeld wird oft verwendet, denn damit können Überschriften, kleine Texte, Bilder, Videos oder Audiodateien, wie zum Beispiel Tonaufnahmen der Schüler, in die Kursseite eingefügt werden. Geben Sie Ihren Text im Feld Textfeld ein. Mit Hilfe der Buttons oben können Sie Ihren Text gestalten, aber auch ein Bild, einen Link oder ein Video einfügen. Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über die Buttons, um Ihre Funktionen kennenzulernen. Klicken Sie zum Beispiel auf den Button Bild einfügen bearbeiten, dann auf Bild wählen und wählen Sie die Bilddatei auf Ihrem Computer aus. Klicken Sie auf Datei hochladen, geben Sie eine Beschreibung des Bildes ein und klicken Sie auf Einfügen. Verfeinern Sie das Layout, indem Sie das Bild zum Beispiel zentrieren. Ein Tipp. Der Button HTML zeigt den HTML-Code an und ermöglicht so auch, den Einbettungscode einer Web 2.0-Anwendung einzufügen, um zum Beispiel ein Wookiee anzeigen zu lassen. Klicken Sie abschließend auf Speichern und zum Kurs und bearbeiten Sie das neue Material, wie bei Aktivität gezeigt. Viel Spaß bei der Gestaltung des Kursraums! Kursraums! Werfen Sie zene Saams! Wie